Fresh Beer Oh shit, Alter Digga, hast du mir grad an meinen Arsch gefasst? Ich hab dir richtig den Arschmeurer verpasst Digga, what the fuck ist das? Get again, ist alles gut bei dir? Oh, Kekse Oh mein Gott, diese Kekse Oh, geil Oh, geil Krimmelmonster So können wir hier auch Pancakes Oh Alter, das ist ein vergammelter Hühnchen Oh, jetzt einfach so Grünes Hähnchen Nein, mein Hehehe Brrrr Glitter Weiner Brrrr Brrrr Killer Kill, guck mal Killer Killer Kill Brrrr 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 Nein Ach du heilige Chicken Nuggets Oh mein Gott, hier können wir insgesamt 1180 Dollar machen Wenn wir hier rein einbringen Ja Echt extra fresh mit dem Film Farrier dann hergekommen Und jetzt hatten wir richtig schön uns den Zollstock klauen, ne? Müssen wir mal leise sein, ne? Ganz professionell Und da sind wir immer zu Hause Oh Oh Killer Kill, bist du dumm? Du kannst doch nicht durch die Kamera laufen Ey, der guckt schon hier, wir müssen aufpassen Ich glaub der ruft die Cops Ich geh mal hier rein durch den Hintereingang Killer Kill, wir müssen hier Sachen klauen Ja Ich nehm die Kaffeemaschine Killer Kill Und ich nehm die Mikrowelle Digga, was macht ihr? Ja, die Sachen klauen Müssen die Sachen klauen Aber warte, das müssen wir hier in unsere Dinger reinpacken, ne? Oh fuck Leute, die Cops sind hier, wir müssen abhauen Wir müssen Wir müssen abhauen Schnell, drück die Dinger Wir müssen weg hier Okay, diesmal gehen wir geplant vor Ich glaub hier ist keine Kamera Durchs Fenster Ich, 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 ich Mach mal vorsichtig Fenster auf Oh, 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 da sitzt einer drin Dann gehen lass doch durch, durch den Vordereingang Killer Kill, alles klar Die Tür ist aber zu, die Tür ist zu Die Tür ist zu Die Tür ist abgeschlossen Die Tür ist abgeschlossen Ist abgeschlossen, Killer Kill, ja Würstchen können wir klauen Das Tür auch Der Tür wird einfach offen gelassen, der Idiot Okay, dann lass hier vorsichtig rein Wir können die Boxen mitnehmen Ich, ich, ich nehm die Boxen Ich, ich nehm die Boxen Ich nehm die Boxen Komm, Killer Kill Killer Kill, geh denn durch Vorsichtig, Vorsichtig Mach ihr nicht kaputt Der kann kaputt gehen Wir nehmen hier einfach Deine ganze, seine ganze Äh, seine ganze Sache mit Wir nehmen hier einfach seine ganze, äh, seine ganze Sache mit Killer Kill, da ist schon ein Crack drin, oder? Ich glaub, du hast schon ein Crack reingemacht grad Ah, hier ist die Taschenlampe Guck mal Ich hab, ich hab mies Ich hab mies, ich hab mies, ein bisschen ver-crackt Schwank Zurück, zurück Schlack Zurück Okay, okay, und wir legen jetzt hier auch vorne sogar offen Wir können hier vorne sogar rein Nee, nee, warte, der hockt davon. Guck mal, das ist ein Gaming-Headset. Boah, schleich dich, hol das Headset-Giller-Geld. Schleich dich ran. Oh mein Gott, hier ist auch noch ein Handy, Handy. Ja, klaut die Sachen, oh mein Gott. Warte, soll ich den Besen noch mitnehmen? Oh, 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 erschöpft Verdacht, erschöpft Verdacht. Und das Laufpassen. Soll er seine Hundehütte auch noch mitgehen lassen? Oh, der kommt einfach links rum. Links rum kommt er. Wir können hier rein, wir können hier rein. Während er draußen ist. Ah, ne, 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 ne. Wir stellen ihn in den PC. Nee, ich nehm hier doch den Besen mit. Ich nehm den Besen noch mit. Nein, ich hab die Kette mit dir kaputt gemacht. Nein, schlagen. Nicht die gute RTX 4090. Ich hab Gaming-Laptop und Gaming-Stuhl. Vergrein die Scheiße. Guck davon. Nein, pass auf, schlagen, schlagen. Es geht doch kaputt. Ich will noch ein paar Stühle hier noch mitnehmen. Lassen sie sich bestimmt auch noch richtig schön verkaufen. Oh, Klerk, komm, pack ein. Mein Klerk, pass auf, das ist schon voll kaputt. Guck dir das an, Mann. Ja, der Fernseher ist, glaube ich, nicht wahr. Ja, leg mal rein hier den Al. Oh, mein Gott, Alter. Oh, mein Gott. Mach den nicht kaputt. Hier ganz vorsichtig reinlegen. Soll ich hier so drauf? Ja, oder noch ein bisschen höher? Nein, nein, ich glaub. So, ja. Oh, passt auf hier. Ja. Ich hab hier noch Lampe. Scheiße. Blödsinn, Blödsinn. Weg hier. Lauf, sie kommen. Dritter Tag. Wir müssen jetzt alle... Oh, fuck. Oh, shit. Ich kann da was in die Luft fliegen lassen, Leute. Ich hab hier den Sprengstoff mitgetaget. Ich kann uns den Weg freig sprengen. Oh, ja, die Leiter. Okay, 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 dann lassen wir aufs Dach gehen. Ich will auf die Arcade da drauf. Oh, da oben ist auch Security. Da rechts. Ist grad gelaufen kurz. Oh, da ist ne Kamera. Da ist ne Kamera. Da ist ne Kamera. Scheiße, geht er weg. Schlaugen, das ist Cam. Oh, er hat die Cam kaputt gemacht. Oh, kann ich in die Luft sprengen? Oh, Schlaugen, da kommt Security. Schlaugen, Security kommt. Oh, oh. Warte, ich guck, ob ich den wegsprengen kann. Ich guck, ob ich Security... Fuck. Oh, Kelakett. Der ist voll Star auf mich, Kelakett, bitte. Nein, das sind jetzt sogar zwei. Geh einfach rein, YOLO. Haben die hier ne Kasse irgendwo oder so? Oh, fuck. Scheiße. Oh, hier ist noch ne Kamera. Schlaugen. Kommst du da rein? Nee. Oh, fuck. Polizei ist hier. Wir haben so verkackt. Bullen sind hier. Ey, da müssen wir noch irgendwas mitgehen lassen, Alter. Ach, fuck. Nein. Nein. Oh, mein Gott, da hock ich einfach drin. Moin, Schlag, was geht? Wir haben verkackt, Schlag. Frisch weg. Der rennt grad noch. Mal gucken, wo er ist. Okay, der geht. Scheiße, wir haben Minus das bekommen. Vierter Duck. Okay, okay. Zu. Hier, Leiter positionieren. Oha, guck mal, was schlaugen der macht. Da kann er sich geklettert, da hoch einfach. Warte, ich gucke, ob hier was wertvolles drin ist. Nee, ist nix wertvolles drin. Oh mein Gott, was hast du gemacht? Killer Cat. Die kommen jetzt alle her, weil die das hören. Die hören das. Er tut mir leid. Oh, scheiße. Killer Cat, Mann, was machst du denn? Oh mein Gott, was macht er? Killer Cat. Die holen schon gleich die Bullen wegen dir, Mann. Ich schleiche mich hier vorsichtig am Rand entlang. Vielleicht finde ich hier ein Fenster. Oh, hier ist Security. Oh, oh. Oh. Ganz oben, wie bist du da hochgekommen? Oha. Ey, man kann hier rein. Das sind Motorräder da unten. Aber wie sollen wir die mitnehmen? Warte. Okay, lass sie rein jetzt. Aber warte kurz. Hier ist noch nicht... Fuck. Ey, ich lass hier schnell was mitgehen. Äh, irgendwas wertvolles. Hier, das ist das. Das ist bestimmt wertvoll. Sorry. Das wollte ich vielleicht schnell langsamer abhauen. Ich habe da auch einfach den ganzen Safe. Das passt doch never rein. QB, pack mal mit an hier, QB. Komm. Das klappt nicht so richtig, ne? Komm rüber da jetzt. Oh ja. Oh geil. Ja, 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 ja. Oh, 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 fuck. Ja, ja, oh. Oh, nein. Oh, fass, fass, fass. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, weg, 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 weg. Blehen, blehen, blehen. Weg, 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 weg. Oh mein Gott, 8000. Ja, jetzt hat der Safe. 8, 8, 8000. Big Safe. Wir haben den Big Safe mitgenommen haben. 3 Uhr 28 nachts. Oh shit, Leute. Oh, Jungs, oh, Jungs. Pst, Leiter. Pst, pst, pst. Pst, pst, pst. Pst, pst. Das werden wir prüren, dann, Allah. Schön nach den Schniedel gefragt. Oh, ja, Leiter zurzeit. Oh, Jesus. Können wir auffassen, nicht, dass du schnell den Schein kaputt machst? Da ist eine Kamera drin, da oben. Und Security. Das ist außenrum. Oh, da ist auch Kamera. Und das ist eine andere Seite. Andere Seite. Oder einfach oben drüber. Oh, nee, da können wir auch nicht sagen. Wir müssen oben drüber. Wir können uns doch vorbeischleichen. Ja, stimmt. Können wir, du Fettsack. Können wir, du Fettsack. Hä? Oh, ja, perfekt. Yes, 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 yes. Wir müssen hier weitergehen. Jawohl. Können wir ganz, ganz nach oben noch kommen. Mit der Leiter. Okay, nice. Warte, ich hole die Leiter. Ja, hole die Leiter. Geht's an einer? Soll ich dir helfen? Ja, ja, ja. Warte, lass mich dir helfen. Okay, okay, warte, warte, warte. So. Komm, wir noch umgeschäftsrand. Okay, die Leiter. Hier, oh my God, ist die Leiter wackelig. Das ist wackelig. Die Leiter. Warte, ich hole sie noch mal weiter hoch. Oh, scheiße, die Leiter hängen fest jetzt, die Leiter. Nein, wir brauchen noch die Leiter für das nächste Ding. Wir brauchen noch, um weiter hochzukommen. Ich hab's, ich hab's. Okay, okay, komm, wir müssen, es ist hier, okay, Will. Nein, mein Hammer, mein Hammer, mein Hammer. Okay, nee, das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig, okay. Nein, jetzt steckt die in der Wand drin. Ich hab's schon gar nichts. Alter, ich kann nicht mehr. Warte, warte. Wir können uns nicht so hochspringen und hier festhalten. Braucht die Leiter nicht. Könnt einfach springen und dann ganz obendran festhalten. Was ist das? Scheiße. Geht hier nach unten. Ja, lass den Helikopter klauen. Lass damit wegfliegen. Ey, pfff. Das ist eine Kamera, das ist eine Kamera. Oh, fuck. QV, du bist... ...Kinder. Ja, ich hab die nicht gesehen. Mach die kaputt, schnell schlagen. Hau doch dran mit dem Hammer. Oh, scheiße. Was ist noch kaputt? Oh, fuck. Oh, der Taser. Ich geh oben drauf. Ich geh oben drauf. Zwölf Sekunden später. Ich glaub, die Luft ist rein. Oh, oder auch nicht. Geht, okay. Ich glaub, die Luft ist rein wieder. Nein, die Kamera ist hier noch. Oh. Digga, weil du hast gesagt, so, ja, okay, aufpassen mit der Kamera und so, und dann bist du schuld. Geht, okay, das ist doch noch eine Katze hier entlang gelaufen. Hier ist doch keiner. Oh, fuck. Ja, ne? Hier ist keiner. Oh, fuck. Oh, fuck. Schnell. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ich hab zwei wertvolle Sachen. Ich komm hier durch. Jalla. Rein da. Ja, ja, ja. Was macht ihr? Yo, what the fuck? Ja, wie soll ich den mitnehmen, Digga? Ich glaub, der ist... Digga, den kann man nicht mitnehmen. Doch, nehm den mit. Nee, der steht auch dran. Der ist zu schwer. Schokolade. Oh, fuck. Ich glaub, das geht nicht, Digga, der ist zu fett. Mit deinem Gotteskind. Die Menschen. Oh, Schlong wurde getasert. Schlong sitzt... Digga, Schlong wurde reingeknastet. Digga, die sollten abhauen. Ich find's interessant, dass Schlong schwarz ist und immer als erstes geschnappt wird. Hallo. Ich geh hier, ich steh, ich guck mal hier hinten. Oh, hier ist einer. Oh, Killerkettchen, dann ist zu Hause mit. Können wir nicht einfach das Auto klauen von dir? Oh, fuck. Einfach grad random hochgeflogen. Oh, ich beobachte die gerade. Die haben hier gerade abgeschmerzt. Das ist ein geiles Gaming-Setup. Komm mal her, wir müssen das hier ausräumen. Und das ist voll geile Town-Anlage und so. Digga, was macht Schlong? Du nimmst die Lautsprecher und ich nehm hier Gaming-Setup. Okay, mach. Spide-Sachen mit. Mach. Ja, jalla. Reiner. Fuck. Ich bin zu fett. Komm, 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 komm. Ich sag, ich bin da. Er kommt runter, er kommt runter, Jun. Er kommt runter. Rauf, 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 rauf. Es ist so fett. Oh shit. Fuck. Scheiße. Mann, Killerkett, wieso bist du auch so scheiße? So, vielleicht können wir sogar noch mehr jetzt mitnehmen, weil wir hier noch so ne Fläche haben, jetzt hier oben. Jo, pass auf, nicht das kaputt geht. Scheiße. Dann morgen. Guck mal hier rein was hier alles drin ist, da hast du gar die Tür... Aber hier ist mies fett Beute, wie viel Laptop und PC Kram da drin ist. Dann mach ich kaputt und wir holen. Nein Erschlong, wir nehmen hier nicht den Anhänger mit. Nein Erschlong, nein wir nehmen nicht den Wohnwagen. Der gamet jetzt hier. Guck mal, der gamet. Scheiße, der zockt hier jetzt. Oh! What the fuck? Mach auf! Wo ist mein Hammer? Das geht nicht auf! Das geht nicht auf! Oh der ist da draußen direkt. Hier ist dein anderes Bett. Ja er nimmt das Auto mit. Der ist hier drin! Der ist hier, mach auf! Warte auf! Ich nehme die Tür mit, ich nehme die Tür mit. Ich geh hier vorne rein und hol mir die Sachen hier alle. Ich hol hier alles, ich hol... Oh oh! Ich nehme hier die Sachen weg. Oh oh fuck fuck fuck! Oh mein Gott! Nein, ich hab's! Ich hab's Handy kaputt gemacht! Scheiße! Ich hab's Handy kaputt gemacht! Oh fuck! Oh! Oh shit! Die Pops sind hier! Wir müssen weg! Oh, ich nehme den Tresor mit. Ich nehme hier noch ein paar Sachen mit. Hi! Yo, what the fuck? Kirby, du musst mir jetzt helfen hier drauf zu tun. Der ist fett! Das kriegen wir schon hin! Geil! Ja! Wir können abhauen! Zwölf Uhr Mieternachs! Digger! Oh mein Gott, klavier! Klavier, klavier! Das klavier, Digga, das ist irgendwie krank. Kommt da was? Ich erkenne mich hier noch zwei kleine mit. Zaxofone! Oh scheiße! Oh! Nein, Security! Bitte zaxofon! Ich geh immer hinten rum, ganz unauffällig. oh! 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 Nein! Oh! Oh scheiße! Nein, nein, nein! Nein! Oh! 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 Oh mein Gott was macht er da oben? Okay, okay, der ist drauf. Wir können weg, schlagen. Ja. Oh mein Gott. Jetzt kann ich ein Tuk-Tuk-Ding kaufen. Tuk-Tuk. Tuk-Tuk. Danke an meine Kanal-Glieder, Rickickstarrick, Levi. Und danke an meine saftigen Bananen, Knuffo und Grandulus. Und danke an die Fresh-Bananen. Und hier geht's zu einem Video, wo das Bäckungsmonster zurückgekehrt ist. Schau's dir jetzt an.